Kann man anfangen? Ja. Gut. Passt. So. Willkommen. Von meiner Seite erstmal. Ich bin David. Das ist jetzt mein Partner. Tegawir. Und auch Ganesha. Oder auch Ganesha. Wir betreiben zusammen diesen Kanal. Falls das noch niemand durchgekommen hat. Äh. Und... Ja, wir wollten einfach ein bisschen drüber reden, was jetzt so... Was jetzt wahrscheinlich... Ich glaube, man hört uns jetzt wieder. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ähm. Ja. Wo waren wir? Genau. Warum kommt dieses Video? Wir wollten einfach ein bisschen einen Ausblick liefern. Auf das, was jetzt auf unserem Kanal kommen soll und kommen wird. Ähm. Das ist zum einen mal DSA. Für alle, die das... Ja. Ja. Wollt ihr so irgendwas sagen? Ja. Wollt ihr so irgendwas sagen? Das ist das schwarze Auge heißt. Und das ist ein Pen and Paper Rollenspiel. Das bedeutet, ähm... Es waren ein paar Leute, die ihr auch aus ein paar Videos kennt eventuell. Und wir waren hier beim David. Wo... Dann haben wir eben das schwarze Auge gespielt. Die sind da der Spielleiter. Und die anderen haben da eben ein von mir erstelltes Abenteuer... Ähm. Durchgespielt. Naja. Wobei halb durchgespielt, wir sind leider nicht fertig geworden. Und auch nicht dazu gekommen, das nochmal weiter zu machen. Ähm. Ähm. Ja. Das wird euch auf jeden Fall erwarten. Falls es dann nochmal irgendwie klappt, dass wir das weitermachen. Ähm. Auch zu Ende. Ja, also... Es war... Es hat... Wir haben ziemlich viel... Material. Richtig. Wir haben uns glaube ich... 13 Stunden oder so waren das, oder? Ja. 9 Uhr morgens angefangen und Mitternacht aufgehört. Also das war schon ordentlich was. Es ist schon so... Sehr lange dauern, dass... Ich sage mal... Das Ende erreicht ist. Ja. Vor allem weil... Weil wir ja vorhaben, das nochmal weiter zu machen. Richtig. Ja. 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 So. Und das zweite, was kommen... In ferner Zukunft dann... Es kann eigentlich nicht mehr diese anderen Daten handeln. Das wird sie dann hier alles sehen. Ja. Äh. In ferner Zukunft haben wir noch ein Projekt geplant. Äh. Der ist eine... Ist ein... Wie nennt man das am besten? Animationskurzfilm. Ja. Ja. Also das... Die Animation ist deswegen so special. Ja. Weil... Ein Teil eben nicht in Minecraft stattfindet. Sondern hier. Bei mir. Zuhause. Ähm. Wenn wir schon beim Thema sind. Ja. Warum schaffen wir es überhaupt nebeneinander zu sitzen? Ja. Weil ich hier bin halt. Ja. Deshalb war das alles überhaupt möglich. Deswegen ist das möglich. Genau. Und... Naja. In naher Zukunft wird das wahrscheinlich nicht nochmal vorkommen. Nein. Ähm. Rein aus zeitlichen Gründen. Danklichen Gründen. Aus zeitlichen Gründen. Ähm. Mhm. Zeitlich. Ne. Deshalb müssen wir uns dann noch überlegen über das mit DSA zum Beispiel. Weiter machen. Ähm. Ja. Aber du kannst ja auch mal zu mir kommen. Und dann bringst du die anderen mit. Dann machen wir bei mir DSA an. Super. Ja. 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 Eigentlich nicht. Ja. Dann wenn du... Also wir müssen da halt alle pennen. Tja. Wir sind da viel mehr Leute. Müsst ihr euch im Wohnzimmer stapeln. Ich schlaf nicht bei Kuba. Ich sag's gleich. Elfen sind... Kann man vergessen. Halb. Halb Elfen. Ja. Elfen... Alles was Elfen im Namen trägt. Ja. Du bist krank. Dezent. Ja. Wie man eventuell schon gemerkt hat. Ähm. Möchtest du so darüber was erzählen? Du bist krank sein? Wie das so ist? Schlimm. War so schlauer und hat mein schwarzes T-Shirt angezogen. Ich ne. Ja. Bist halt auch einfach nicht schlau. Tja. 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 Und... Wenn man rote T-Shirts ein hat wird man mehr gemacht. Also wirkt man sympathischer. Ich mein das hab ich jetzt nicht nötig aber... Ja glaube. Kann ich sein. Ne. Gänzlich. Gänzlich unsempathisch. Okay. Tja. Hat das bei dir wohl nicht so funktioniert? Das waren wir. So oft. So schnell. So oft. So schnell wird's uns zwei. Gleichzeitig nicht mehr gehen. Also hier wird's auf jeden Fall nicht hier. Nein also hier auf diese Bank schon gar nicht. Also. Vielleicht schon in einem Jahr oder so. Keine Ahnung. Du könntest ja die Bank mitnehmen. Egal. Weiter ja. Ich werde auf keinen Fall eine Bank zu dir mitnehmen. Hahahaha. 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 Ach ja. Ähm. Pssst. Ja. Also. TSA wird kommen. Wahrscheinlich. Früher als. Diese Minecraft Animation. Genau. Gibt's noch irgendwas was wir gekannt haben? Hast du noch. Dieses Video hier. Das kommt als allererstes. Ja. Ähm. Das kommt bevor ihr dieses Video gesehen habt. Denk ich sogar nicht. Krass oder was? Ja. Hast du. Haben wir noch Secret Sizzle vor mir? Nö. Tatsächlich. Kann ich auch mal wieder. Bin ich dabei? Ja. Bin ich dabei? Ich glaub wir sind erstmal noch ein paar wo du nicht dabei bist und dann haben wir wieder welche mit dir. Ähm. Vielleicht gibt's auch mal wieder einen Livestream in Zukunft. Vielleicht gibt's auch mal wieder einen Livestream in Zukunft. Vielleicht gibt's. Wir können auch noch ein CS4 Livestream machen. Also ein CS4 Livestream spielen. Also ein CS4 Livestream spielen. Jetzt wo die Operation da ist. Kann ich mal. Okay. Vielleicht wieder zu Hause kommen. Ich bin gleich. Lukas. Falls du zuschaust. Meld dich mal. Also ich mein wir haben eh vor kurzem geschrieben. Aber meld dich trotzdem. Hast du uns abonniert? Das ist überhaupt nicht scharf wahrscheinlich. Aber egal. Hast du? Ist das eigentlich Autofokus oder nicht? Nein. Kein Autofokus. Ja sonst wär ja alles verständlich. Mach nur Noobs. Jetzt ist wahrscheinlich alles unklar. Alter. Das ist BTS. Alter. Hundehaare. Das Schlimmste. Irgendwas will ich noch sagen. Wir waren beim Livestream. Beziehungsweise bei CSGO. Ja. Ich arbeite ein paar CSGO Videos. Da bin ich fleißig am Sammeln. Ja Alter. Aber Adobe ist scheiße. Ja. Hallo an Adobe übrigens. Er ist ja scheiße. Hast du ja selber mitgebracht. Also sobald Premiere wieder funktioniert kommen auch von meiner Seite mehr Videos. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zum dritten Mal jetzt. Ja. Freut euch auf was. Also DSA. Vor allem DSA. Schaut euch in unsere letzte Animation mal hin. Der Beginn. Richtig. Das ist guter Shit. Und gib uns unsere Daumen. Die brauchen wir hin. Ja. Ja weiter. So, true.